Hi Leute und hier sind wir bei einem Multiplayer Let's Play, aber diesmal nicht normal spielen wir. Ich zeige euch diesmal einen XP-Clitch. Wir spielen Multiplayer mit Bots und Leveln gleichzeitig. Also ihr könnt eure Waffen leveln, Tarnungen könnt ihr leveln, eure Abschussserien werden gezählt. Alles wird gezählt, wie im echten Spiel. Und das zeige ich euch jetzt. Ich zeige es euch mal. Seht ihr, überall sind Computer drin, auch ein paar normale Spieler. Und jetzt, passt auf, seht ihr, ein normaler Computer, also kein Spieler. Und jetzt levelt ihr auch hier. So. So, passt mal auf. So, passt mal auf. So, passt. Ey, ist das neu, Jungs? Oh, sorry, Mann. Ey, komm, enthau, ich hab's zusammen. Ich töte, ja, ich töte dich. Ihr könnt auch Tarnungen hier jetzt freischalten. Abschussserien werden gezählt, ihr levelt hier. Und alles nur dieser Bot. Und wenn ihr wollt, dass ihr... Und ich kann euch auch gerne zeigen, wie ihr diese Lobby erstellt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Falls ihr es wissen wollt, wie man diese Lobby erstellt, dann werde ich ein extra Video dafür erstellen. Also, bis dann, euer Mieplon.